Kinderkulturherbst. Am 24. Oktober haben wir für die Kinder alles aufgebaut und da gibt es ganz 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 viele Spiele wie vor 100 Jahren und da müsst ihr vorbeikommen, weil das ist ganz was kundiges. Dann können wir zusammen angeln oder viele andere Dinge machen. Also, geführt euch bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020